Viele glauben ja, dass man einfach nur wegen des Aussehens mit dem Fitnessmodel zusammen ist. Aber es ist bei mir nicht so. Ich bin wirklich verliebt, aber in letzter Zeit ist sie irgendwie ständig abwesend. Die nimmt mich überhaupt nicht mehr wahr. Genauso wie jetzt. Langsam frage ich mich, ob sie mich überhaupt noch liebt. Nachts da schläft sie nicht mal mehr bei mir. Man trifft sie dann oft da, wo auch ganz viele andere Frauen sind. Manchmal versuche ich ja auch, sie tagsüber zu erreichen. Aber das habe ich mittlerweile aufgegeben. Tagsüber erreicht man sie gar nicht. Und nicht mal eine kleine Nachricht bekommt man. Oh, die Kulhydraten sind böse. Was mir echt Sorgen macht, ist, dass sie sich so häufig nackte Männer anschaut. Und es sieht man ganz deutlich, dass sie das echt genießt. Wenn ich es nicht runterschlucke, ist es ja eigentlich nicht so schlimm. Dann ist es ja nicht wirklich cheaten, sondern, naja, hm. Das ist schon, oh, einmal wenigstens dran lecken oder so. Na ja, zumindest halten wir noch ab und zu Händchen. Wobei, das ist auch nicht mehr so zärtlich wie früher. Aber welche Beziehung ist schon perfekt. BAM! Ja! 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 Untertitelung. BR 2018